Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute habe ich mir die Mondfinsternis angeschaut, die wir am 28. Oktober erleben werden, so gegen Viertel über 10 und die wird auch bei uns sichtbar sein. Also diese Mondfinsternis wird auch sichtbar sein. Für alle, die mein voriges Video zur Sonnenfinsternis geschaut haben, die fand ja oder findet ja am 14.10. statt, das je nachdem, wann du dieses Video jetzt siehst. Also am 14.10. haben wir Sonnenfinsternis, die wir bei uns im europäischen Raum nicht sehen werden, allerdings in Amerika ist sie sichtbar. Aber jetzt haben wir eine Mondfinsternis am 28.10. in der Oktoberzeit, in der plutonischen Zeit und das ist eine Mondfinsternis, die es durchaus in sich hat. Man muss einmal dazu sagen, wir haben ja eine sehr geladene Zeit und vielleicht, wenn du diesem Kanal folgst, ich habe schon vor, ich glaube drei Wochen ist es jetzt her, gesagt, Oktober wird geladen, wird gefährlich für Krieg und wir sehen ja jetzt leider, was passiert auch in Israel, in diesem Konflikt, also was da jetzt alles wieder hochkocht. Es ist eine wahnsinnig spannungsgeladene Zeit, die natürlich nicht nur mondan zu deuten ist, sondern auch innerlich zu deuten ist. Und nachdem wir jetzt diese Mondfinsternis bei uns auch sichtbar haben, möchte ich da besonders darauf eingehen, auch auf dein individuelles Seelen erleben und deinen inneren Druck. Also nicht nur, was es mit außen zu tun hat, werde ich auch interpretieren, aber auch vor allem, was es mit dir zu tun hat. Also bleib einfach dran und wir starten gleich mal. Grundsätzlich, wenn wir sagen, okay, diese Mondfinsternis, ich blende es dir hier gleich mal ein, findet einmal wirklich so in der Energie, in dieser Krebsenergie statt. Also hier im mitteleuropäischen Raum, in dieser Krebsenergie und Krebs ist ja auch das Zeichen des Mondes. Das heißt, es geht ums Empfinden, ums Innere, um deine Seelentiefe, um das, was du in dir trägst, um deine Gefühle geht es da. Und wenn wir uns das anschauen, dann steht der Mond im Zeichen Stier und wir haben halt die Opposition natürlich zur Sonne hin. Und das bedeutet einfach Mond im Stier, das ist auch so ein bisschen dieses, das Empfinden des Volkes, aber auch der Herde der Masse. Also auch das Gefühl der Masse der Herde. Und das steht in einem Spannungsaspekt zur Sonne im Skorpion. Und Skorpion steht natürlich für die Vorstellung auf der einen Seite, deine individuelle Vorstellung, deine individuellen Meinungen, aber auch steht es auch für Macht und Unmacht und auch für Stirb und Werde, also für Transformation. Und Macht und Unmacht heißt einfach, da wird Macht ausgeübt. Also da wird etwas ausgedrückt, da wird etwas gesagt, Macht ausgeübt, kommuniziert, weil wir sehen hier auch auf sehr direkte Art kommuniziert. Wir haben nämlich Mars und Merkur in der Konjunktion und die haben wiederum eine Konjunktion quasi mit der Sonne. Das heißt, wir haben entweder kämpferische Akte, also wilde Energien, einen wilden Ausdruck, gepaart mit Kommunikation oder mit Funktion, also was wieder so diesen Stress, diesen Konflikt, dieses Brodeln ausmacht und das noch einmal in der Verstärkung mit der Sonne. Das heißt, es wird ausgedrückt. Also da kann man auch, Macht wird ausgeübt, Macht wird ausgedrückt. Das ist durch zum Beispiel so eine Energie auch für, ja ich möchte, man könnte sagen für Bomben, für Energie. Also da ist auf jeden Fall ein enormer Druck. Das kann natürlich auch heißen, dass da deine individuelle Meinung auch mit der äußeren Meinung so kollidiert und da in Druck ist. Und dass das Friedliebende, die friedliebende Herde eigentlich unter Druck ist. Und so würde ich das wirklich deuten. Also das heißt, da kommt Aggression von außen, die kommt da, die wird ausgedrückt und die macht seelisch etwas mit dir. Und die macht natürlich auch etwas mit dem Volk, mit der Herde, mit der Masse. Und das sind für mich, ich habe schon gesagt, das sind diese Kriegsenergien. Aber das ist auch auf der seelischen Ebene das, was dir begegnet. Das heißt, dir wird sehr viel Druck begegnen, dir wird sehr viel Meinungsmache begegnen und auch Macht-on-Macht-Themen werden dir begegnen. Und die üben Druck auf dein Seelenleben auf, auf dein inneres Leben auf. Und beim Mond dabei, wenn wir uns das anschauen, steht ja auch der Jupiter drinnen. Also Mond, Jupiter haben noch eine Konjunktion. Und das bedeutet ja, da will man eigentlich freier sein, überschwänglicher sein. Man sollte eine Vision sich aufbauen und diese Vision wird eingegrenzt, also eingezwängt. Ein Zwang kommt von außen auf dich zu, der deine Freiheit, der deine Vision, der dein Seelenleben einschränken möchte und einschränken wird. Aber da geht es eben darum, wieder zu erkennen, wo bist du denn frei, wo kannst du denn frei wählen und was kannst du nicht frei wählen. Und da geht es eben wirklich um dieses Emotionale. Und es geht eben darum, da auch zu schauen, dich dorthin zurückzuziehen, in dein Revier emotional zurückzuziehen, wo du dich wohlfühlst. Ob das jetzt deine Sippe ist, ob das ein Kreis ist von Freunden, die vielleicht gleich denken. Wo du einfach dich geborgen fühlst und aufgehoben fühlst. Und nicht zu sehr auf diesen Konflikt, auf diesen Druck da drauf zu gehen. Das ist nämlich wirklich etwas ganz Massives. Wir haben eben auch durch diese Opposition, wir haben ja eben, ich habe gesagt, Merkur, Mars. Wir haben da eine Opposition hin zum Jupiter eben hin. Also das ist noch einmal so dieses, dieses aufgeladene, übertriebene, das ist für mich so dieses auch kriegstreiberische, brodelnde. Das könnten natürlich auch, und bitte, ich will da jetzt keinen Teufel an dem Mann malen, aber das können auch natürlich Einschränkungen, Regeln sein, die hier aufoktroyiert werden, die hier ausgesprochen werden. Also da ist einfach ein enormes Druck- und Konfliktpotenzial vorhanden. Und durch das, dass sich das als Finsternis zeigt am Himmel, also das heißt, dieses Licht wird abgeschattet, heißt das schon, dass das eine sehr deutliche, wichtige, astrologische Botschaft ist. Und eine auch eine astrologische Warnung, diese Zeit wirklich gut über dich, also dahin durchzutauchen und diese Zeit, diese stressvolle Zeit, diese stressgeladene, energiegeladene Zeit, diese verrückte, chaotische Zeit, trotzdem seelisch möglichst, möglichst unbeschadet zu überstehen und das nicht zu persönlich zu nehmen. Diesen ganzen Druck, diese ganze Aggression nicht in dich aufzunehmen, sondern wirklich möglichst bei dir zu bleiben, klar zu bleiben, fokussiert zu bleiben und dann eben in deinem eigenen Wert auch zu bleiben. Also das Stier ist ja auch so das Zeichen für Selbstwert und Mond, heißt ja für mich auch, ja fühl mal deinen Wert, wo ist denn dein Selbstwert? Wo bist du denn wertvoll für dich selber? Wo bist du vielleicht wertvoll für andere? Wo ist denn dein Wert? Also zieh dich auch auf diese Ebene zurück und schau auch mal, was ist denn da, wo fühlst du deine Inspiration, wo fühlst du deine Vision, also über den Schützen, wo fühlst du deine Vision, deinen höheren Sinn? Also mit dem kannst du dich beschäftigen. Lass dich nicht von den Knallen und Scheppern und Säbelgerassel im Außen von deiner Mitte abbringen. Unbedingt. Denn mit so einer Energie gehst du selber sehr schnell in eine Eskalationsspirale, in eine Streitspirale, in eine Stressspirale. Das kann Streit im Familiensystem sein, das kann Streit beim Autofahren sein, das können Konflikte, Diskussionen sein am Stammtisch oder in der Firma. Das können anstrengende Streitigkeiten sein, die natürlich auch auf der unternehmerischen Ebene auf dich zukommen. Das kann irgendein Stress sein, der von außen über dich hineinbricht. Ob das eine Rechnung ist oder ob das wirklich jetzt jemand ist, der dir den Vorrang nimmt zum Beispiel. Also da sei bitte einfach bewusst und bleibe wach und bleibe klar bei dir. Und das ist eigentlich auch schon die wesentliche Botschaft für diese Mondfinsternis, die am 28.10. um 10 Uhr auch bei uns sichtbar sein wird. Also bitte versuche da ganz klar bei dir zu bleiben. Wo kommt diese Klarheit her? Wir haben eine Unterstützung. In einem Trigon zur Sonne und einem Sextil zum Mond, da steht der Saturn. Und der Saturn ist ja da gerade so ein Grenzgänger zwischen Fisch und Wassermann, der ist gerade rückläufig. Und der mahnt ja zur Klarheit, zur Nüchternheit, zur Distanz. Und deshalb auch nicht zu sehr kuddelmuddelig in deinen Gefühlen verweilen und hängen und alles immer hundertmal durchkauen, sondern bleibe klar, bleibe nüchtern, bleibe bei dir. Also das ist eben auch so, das ist so der Saturn, der da mahnt. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig schlechte Zeit, um zu sagen, jetzt gewisse Exzesse da zu, Exzessen zu frönen. Also übertriebenen Alkohol oder egal was. Also auch da sagt man, nimm dich zurück, bleib klar, bleib nüchtern bei dir und bleibe ganz bewusst, was jetzt abgeht und was jetzt abläuft. Bleibe bewusst, wo wirst du womöglich verarscht, wo wird dir womöglich Stress gemacht, den du gar nicht brauchst. Und das kannst du nur in der Ruhe und in der Selbstreflexion. Wenn du selber ausschlägst und dagegen rebellierst und aktiv bist und selber zum Aggressor oder zur Aggressorin wirst, bist du ja Teil der, unter Anführungszeichen, Problemenergie. Auf die positive Art und Weise könnte man auch sagen, also ich deute es jetzt auch nochmal positiv, also dieses Beeindrucken ist negativ natürlich. Aber es könnte auch ein Handlungsdrang, ein Handlungszwang bei dir entstehen. Das heißt, du wirst gezwungen zu handeln, du wirst gezwungen jetzt etwas zu tun, du wirst gezwungen klar Schiff zu machen, du wirst gezwungen klare Gedanken zu formulieren. Und klar für das einzustehen, was dir persönlich wichtig ist. Also auch das ist da die Möglichkeit mit dieser Energie. Da haben wir, blenden wir es nochmal ein, da haben wir natürlich die Sonne, den Selbstausdruck, wir haben Merkur, deine Handlungen, wir haben den Mars dabei. Und das alles im fünften Haus in Skorpion. Also das ist auch das, was du dir vorstellst, manifestiere bitte. Das ist eine super Energie, um Dinge weiterzukriegen und auch Manifestationen zu machen. Aber eben nicht im Stress und nicht gezwungen. Aber das kann so ein Stupser sein, dass du auch spürst, Moment, ich möchte was anders machen, ich möchte was ändern. Ich möchte etwas, das ich mir schon lange vorstelle, ein gewisses Bild, eine gewisse Vision, die möchte ich jetzt umsetzen. Da möchte ich einfach jetzt klar, einfach einmal vorwärts drängen und in die richtige Richtung gehen. Und so meine Vorstellungen auch umsetzen können. Also das ist so dieses Potenzial. Du siehst es hier noch einmal, diese ganzen roten Striche, diese Star Wars Raumschiff Laserstriche, diese Spannungen zwischen Mond, Jupiter und natürlich Sonne, Merkur und Mars. Und das wären dann schon einmal so die Hauptkonstellationen. Wer auch noch mitmischt, ist der Neptun. Der steht in den Fischen und der Neptun ist ja immer so der keep cool, ruhig Blut und ruhig Blut bewahren. Und der macht so ein anderthalb Quadrat hin zu Merkur und zu Mars. Und das bedeutet natürlich auch, eigentlich ist das gut, es wird ein bisschen gedämpft. Das heißt, egal was da jetzt passiert, es wird nicht so schlimm ausgehen. Wir haben dieses gewisses kühlendes, ruhendes Prinzip drinnen mit dem Neptun, der diese Energien ein bisschen auch eindämmt. Aber Neptun ist ja auch so ein bisschen der Herrscher der Träume, kann man sich so vorstellen. Also eben auch das, was du dir träumst, soll, also bewegt dich in Richtung deiner Träume zu. In deiner Vorstellung, wie möchtest du denn die Welt haben? Wenn du eine friedliche Welt haben willst, sei selber friedlich. Und schaff dir ein friedliebendes Umfeld. Dann erzeugst du Frieden, wenn du eine gesunde Welt haben möchtest. Dann schau, dass du selber auch gesund bist und bleibst im Körperlichen, im Psychischen. Also das ist so dieses Träumerische, was da positiv natürlich auch einwirkt. Und ja, um es nicht zuträumerisch werden zu lassen, mahnt natürlich Neptun da auch noch einmal mit einem Halbquadrat zu Jupiter hin. Also das ist dann dieses Übertreiben. Also bitte eben nicht übertreiben. Also übertreiben nichts, brich nichts über den Zaun. Schau jetzt einfach nicht, dass du jetzt mit dem Kopf durch die Wand irgendwo hinläufst, sondern bleib bei dir, sag einfach, okay, was sind denn meine Vorstellungen, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, wie kann ich die am allerbesten manifestieren, wie kann ich die am allerbesten nach außen tragen. Und dann bist du schon sehr, sehr gut unterwegs. Also du siehst eine spannungsgeladene Zeit, eine Zeit voller Energie, einer sehr geladenen Zeit, eine Energie, die, wenn du sie nach außen verwenden kannst, für Sport, für Aktivitäten, für Pläne, die du umsetzen kannst, wunderbare Energie, ja, ganz toll. Nur bitte nicht streiten, nicht ärgern, nicht auf Meinungen herum basieren und vor allem nicht den Verstand verlieren. Wenn du dir denkst, da draußen werden alle verrückt, sei du nicht Teil der Masse und werde auch nicht verrückt, sondern bleib bitte klar bei dir, im Verstand, in deinem Herzen, in deinem Eigenwert und deiner Sicherheit. Das wär's für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, eine gute Zeit, eine ruhige, klare Zeit. Schau es dir einfach mal an, was sich da tut, wie sich das manifestiert. Diese Energien bauschen sich halt jetzt immer mehr auf und am 28. haben wir, wie gesagt, diese Mondfinsternis. Aus dem wunderschönen Linz, alles Gute, bis nächstes Mal, dein Oliver Eireni. Tschüss.